Über 1600 Euro hat einer meiner Zuschauer mit Naga Copy Trading verdient und das innerhalb von nur 5 Tagen. Es klingt unglaublich, aber es funktioniert wirklich. Und im Exklusiv-Interview jetzt hier auf diesem Kanal erklärt er ganz genau, wie es funktioniert und wie du das auch schaffen kannst, indem du mich ganz einfach kopierst und so praktisch 100% passiv Geld verdienst. Hallo, hier der Steve von Geniale Geld Ideen. Heute mit einem ganz besonderen Gast, denn ich erzähle ja immer ganz viel über unser Community-Projekt, über das Copy Trading mit Naga. Und hier ist jemand, der es wie viele hundert andere auch tun und die unter anderem mich kopieren. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf den lieben Moritz. Hallo Moritz, schön, dass du heute da bist. Ja, hallo Steve. Hallo an alle, die das Video hier sehen, kann ich gerne mal sagen. Es freut mich auch sehr, heute hier zu sein und ein bisschen was zu erzählen über das Copy Trading im Generellen. Weil das ist ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, von dem glaube ich noch gar nicht allzu viele Leute wissen oder immer noch viele Leute skeptisch sind. Und da möchte ich auch heute so ein bisschen gern Abhilfe geben und ja, vielleicht auch ein paar offene Fragen beantworten. Quasi, dass ihr das auch mal hört von jemandem, nicht nur immer von Lead Tradern hört, dass Kopieren möglich ist, sondern auch mal quasi von jemandem, der das wirklich macht und jetzt mittlerweile auch schon seit einigen Monaten genau das als tatsächlich als seine Haupteinnahmequelle hat. Und das ist das ganz Spannende, weswegen ich dich auch eingeladen habe, heute hier in diesem Video zu erscheinen. Und weil du mir ein Screenshot geschickt hast und mir erzählt hast, dass du in der allerersten Woche, in der du mich kopiert hast, tatsächlich, das heißt in fünf Handelstagen, über 1600 Euro verdient hast. Das klingt krass, aber es ist tatsächlich wahr. Absolut, es ist wahr. Man muss natürlich dazu sagen, an der Stelle, ich habe ein etwas größeres Kapital, als der liebe Steve empfiehlt. Deswegen habe ich auch zu 200 Prozent kopiert in dieser Woche. Wenn ihr allerdings zu 100 Prozent kopieren würdet, hättet ihr immer noch über 800 Euro verdient in dieser einen Woche. Also denke ich, ist auch auf jeden Fall ein stabiler Wert. Also ja, Copy Trading funktioniert definitiv und ihr seht, was ihr da durchaus für Summen, was man da durchaus für Summen einnehmen kann. Ja, das finde ich spannend. Du bist sozusagen der lebende Beweis und du hast gerade schon gesagt, du verdienst quasi wirklich deinen Hauptlebensunterhalt mit Copy Trading. Das ist natürlich super spannend. Wie ist es dazu gekommen und wie lange machst du das schon? Genau, also ich habe bei Naga angefangen. Letzten Herbst bin ich aufmerksam geworden, unter anderem auch durch die Videos, die du dazu gemacht hast, dass es geht, dass man quasi Copy Trading machen kann. Also im Sinne von, dass man quasi die Handelsexperten kopieren kann, weil ich meine, ich muss sagen, mich hat das Thema so Investment und auch Trading immer schon ein bisschen interessiert. Aber ich hatte immer so ein bisschen Angst, ich wusste nicht so richtig, ob ich das machen möchte, ob ich da gut genug bin, ob ich da wirklich schaffe, Gewinne zu machen. Und deswegen fand ich das Copy Trading so spannend und ich habe dann unter anderem auch, genau, deswegen habe ich mich einfach mal bei Naga angemeldet. Ich war davor, muss man so sagen, ich war davor, ja, ich war davor einige Zeit lang, habe ich als Angestellter gearbeitet in diversen Berufen, hat mir alles nicht wirklich, hat mir alles nicht zugesagt und war alles nichts, wo ich gesagt habe, boah, das gefällt mir jetzt, das möchte ich jetzt mein Leben lang machen. Und deswegen habe ich eben gesagt, ich würde mich eigentlich ja gerne am liebsten selbstständig machen. Habe dann auch angefangen, letztes Jahr und dann als Nachhilfelehrer zu arbeiten. Ausgewählt bin ich tatsächlich sogar als Moderator und Synchronsprecher. Und dann habe ich eben bei Naga angefangen, damals nur eigentlich als zusätzliche Einnahmequelle, einfach um so ein bisschen zu schauen, möglichst viele Einnahmequellen zu haben, um einfach quasi sicherzustellen, dass zumindest mal die Grundrechnungen alle bezahlt werden. Und ja, ich habe dann selbst auch eher mit einem eher kleineren Kapital von nur 5.000 Euro angefangen. Ich wollte nicht gleich meine gesamten Ersparnisse, ich hatte glücklicherweise ein paar Ersparnisse, ich wollte aber nicht gleich die gesamten Ersparnisse einsetzen. Und genau, habe dann immer begonnen. Ich habe dann auch schon begonnen in den letzten 8 Monaten, seit ich jetzt Copy Trading mache, habe ich schon viele verschiedene Trader kopiert. Ich hatte auch über den Frühling, zuerst eher in kleinen Größen, dann bin ich auch größer geworden. Über den Frühling zum Beispiel habe ich jemanden kopiert, das lief eigentlich relativ gut am Anfang. Das Problem war nur gewesen, dieser Trader hat eine Long-Strategie verfolgt. Das heißt für diejenigen, die es nicht wissen, der öffnet nur Positionen und setzt auf steigende Kurse. Das heißt, in dem Moment, wo mal die Kurse fallen, dann hast du ein Problem, weil dann gehen diese Long-Trades ins Minus. Und dann kann es durchaus sein, dass du viel Geld verlierst. Absolut, absolut. Und ich möchte auch hier gar keine Illusionen machen, dass man beim Traden immer nur gewinnt. Das ist absolut nicht der Fall. Also ich habe auch selbst schon immer mal wieder Tage oder Wochen gehabt, wo es einfach nicht gut lief, wo ich vielleicht sogar mit einem Minus rausgegangen bin. Und dann habe ich auch vor einem Monat oder so einiges von meinem erwirtschafteten Gewinn wieder verloren. Genau, und dann habe ich ihm gesagt, okay, ich brauche jetzt eine neue Strategie, nur Long-Trading. Das funktioniert auf Dauer einfach nicht, dafür ist der Markt so volatil. Aber hast du dann nicht kopiert? Das war ja letztendlich immerhin gesagt, der Steve, das ist vielleicht auch nicht ganz so falsch. Warum, was war so ausschlaggebend, dass du gesagt hast, ich probiere das? Genau, das ist die nächste spannende Frage. Eher so, dass du, Steve, eine Strategie verfolgst, die sehr mit Stop-Loss, auch auf Stop-Loss aufgebaut ist. Das heißt ja, dass Trades, wenn sie zu weit ins Minus laufen, automatisch geschlossen werden und so verhindert wird, dass Trades quasi zu lang offen bleiben und dann ein Margin-Level blockieren. Weil das ist ja auch ganz wichtig, das Margin-Level für vielleicht die Leute, die das auch noch nicht so genau wissen. Das Margin-Level ist bei Naga unglaublich wichtig, weil das Margin-Level kann einem durchaus, sage ich mal, Trades zerstören, auch einfach, wenn es zu niedrig wird. Aber das erklärt das Steve eben mal in all seinen Videos auch. Also da gibt es auf jeden Fall genügend Tutorials dazu. Genau, und deswegen fand ich die Strategie eben interessant und habe dann eben gesagt, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Und ich habe dann eben begonnen, dich zu kopieren. Eigentlich hätte ich gerne schon früher begonnen, aber da hatte ich leider noch viele offene Trades und musste erstmal warten, bis wir die einigermaßen beschließen können, weil sonst hätte das Margin-Level sofort den Geist aufgegeben bei mir. Genau, und dann habe ich eben, habe ich das eben, habe ich das eben begonnen und genau, die erste Woche lief eben direkt, direkt ziemlich gut. Du hast mir mir einen Screenshot geschickt, Moritz. Genau. Du warst, glaube ich, drei Tage dabei, irgendwie Montag, Dienstag, Mittwoch getradet und dann schickt er mir einen Screenshot mit über 800 Euro Gewinn. Richtig. Und die Woche ist ja noch viel besser gelaufen, haben wir gerade schon kurz darüber gesprochen. Du hast mich quasi mit doppeltem Kapital kopiert, mit 200 Prozent. Das heißt, all diejenigen, die diese Woche mitgemacht haben, die haben dann eben nicht 1600 Euro, sondern hätten tatsächlich so über 800 Euro Gewinn gemacht innerhalb von nur fünf Tagen. Das ist natürlich eine spannende Geschichte. Ist es denn, Moritz, wirklich so einfach, du drückst quasi auf einen Knopf, sagst, ich möchte jetzt kopieren, ich zahle Geld ein und sage, mit wie viel Prozent ich jetzt kopieren möchte, möchte ich 50 Prozent oder 100 Prozent von dem Trader und von dessen Gewinn und auch Verlusten, wenn es mal ins Negative läuft, kopieren? Oder achtest du auf ganz besondere Dinge? Ja, genau, das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Frage, die man beantworten muss. Also, grundsätzlich ist es so, dass man, sobald man auf Autokopieren geklickt hat, die Prozentrate eingestellt hat, dass grundsätzlich alle Trades deines ausgewählten Lead Traders kopiert werden. Eben entweder voll zu 100 Prozent oder eben niedriger prozentig, vielleicht nur zur Hälfte oder, wie es bei mir sogar war, vielleicht sogar mehr als 100 Prozent. Es ist aber nicht so einfach, dass man dann sagt, pass, ich lege jetzt einfach irgendwie das Handy weg und lasse jetzt einfach das Geld mehr werden. Man muss schon noch auf ein paar Sachen achten. Wie gesagt, zum einen eben das Margin-Level. Wenn das Margin-Level nämlich eben zu niedrig wird, dann läuft man halt wirklich Gefahr, dass dann Trades automatisiert geschlossen werden und das bedeutet dann in der Regel Verluste. Deswegen, da muss man schon noch ein bisschen drauf achten. Ich bin selbst auch, also ich bin jetzt eigentlich jeden Tag so, ich glaube, ich bringe so ein bis zwei Stunden auf Naga und schaue mir einfach immer selbst auch die Kurse an, wie es läuft. Teilweise zum Beispiel greife ich auch selbst mal in Strategien ein, wenn ich irgendwie sehe, oh, wir haben jetzt schon einige Trades offen. Das wirkt sich jetzt negativ auf das Margin-Level aus. Können wir da vielleicht mal irgendwas schließen? Dann schließe ich selbst auch mal Trades. Habe ich zum Beispiel letzte Woche jetzt auch mal gemacht, einfach um das Margin-Level dann zu entlasten, wenn ich sehe, okay, wir sind jetzt schon ein bisschen im Plus und ich glaube jetzt nicht, dass es so weit noch steigen wird, weil der Trend der letzten Stunden jetzt eher mal nach unten zeigt. Genau, deshalb oder halt andersrum, je nachdem, ob man Long oder Short macht, also steigend oder fallend spekuliert. Genau, das heißt, das mache ich schon auch hin und wieder. Aber grundsätzlich, um es nochmal zu beantworten, in der Theorie ist es möglich, sobald du auf Autopopieren klickst, tradet das System automatisch für dich mit und du musst nicht mehr unbedingt was machen. In der Praxis empfehle ich aber schon, hin und wieder mal zumindest ein paar Mal an Fragen reinzuschauen und zu schauen, ob eh alles gut ist. Weil sonst könnte man irgendwann mit einer bösen Überraschung aufwachen. Ja, das empfehle ich auch und errate auch dazu. Also das Wichtigste ist eben das Margin-Level für diejenigen, die nicht wissen, was es ist. Letztendlich ist es im Grunde der Puffer, den du noch an Kapital übrig haben musst, um Trades quasi offen zu halten, die vielleicht aktuell im Minus sind. Du brauchst immer so ein bisschen was, damit du notfalls, falls es noch weiter runter geht, eben das noch bedienen kannst, ohne nachzahlen zu müssen. Und das, was ich bei Naga eben spannend finde, ist, du hast keine Nachschusspflicht. Das ist ja bei anderen Brokern so. Also Nachschusspflicht heißt, dass du, wenn du irgendeinen Trade weiter offen halten musst, dann musst du Geld nachzahlen von deinem Kapital. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du ins Minus rutschen und kannst mehr verlieren, als du eingezahlt hast. Und das ist bei Naga praktisch nicht möglich, weil automatisiert Trades geschlossen werden, die zu lange offen sind, wenn du eben dieses Margin-Level nicht oben halten kannst. Das fand ich eigentlich immer ganz schön als zusätzliche Sicherheitsmöglichkeit, weil du nicht mehr verlieren kannst, als du tatsächlich mal eingezahlt hast. Moritz, wie ist denn das jetzt eigentlich? Was haben denn deine Freunde, Bekannten gesagt, als du gesagt hast, nee, ich mache jetzt Copy-Trading und damit werde ich jetzt Geld verdienen und das ist mein Lebensunterhalt. Das klingt natürlich erstmal ziemlich verrückt. Genau, also ich sage mal, die meisten von Familienmitgliedern und Freunden wussten erstmal gar nicht, was es überhaupt ist. Und, also wenn du vielen Leuten sagst, ich bin Trader, ist ja so, die meisten Leute können mit dem Begriff jetzt gar nicht unbedingt was anfangen. Da musst du halt näher erklären, ja, Trading ist halt hauptsächlich Aktien-Spekulation, wir möchten halt, also es ist ähnlich wie der klassische Aktienhandel, nur halt beim Trading kann man halt auch bei fallenden Kursen Gewinn machen, im Grunde zum klassischen Aktienhandel, wo man ja nur Gewinn macht, wenn Aktien tatsächlich steigen. Genau, und meine Familienmitglieder, vor allem meine Familienmitglieder haben zuerst gesagt, was, was ist denn das? Ist das irgendwie so eine neue, gehypte Methode? Ich meine, Snager, ist das überhaupt seriös? Weil man hört ja immer wieder von irgendwelchen Scams, du machst ja auch immer teilweise Videos, ich glaube, letztens hast du wieder ein Video veröffentlicht über irgendwie einen Scam-Broker oder so, wo Leute dann Geld verloren haben. Genau, und haben gesagt, ja, du musst da aufpassen, wer weiß, ob du das Geld wieder zurückbekommst. Ich habe gesagt, nein, also Naga sieht mir sehr, sieht mir schon sehr seriös aus, ich habe auch schon, das wollte ich gar nicht auch schon mal sagen, ich habe auch schon mehrfach Geld ein- und ausgezahlt, also das funktioniert problemlos, ja, da braucht man sich keine Gedanken machen. Aber, genau, und viele meiner Freunde haben einfach so gesagt, ach so, okay, verstehe, dieses Copy-Trading, naja, erzähl mal, ob du damit wirklich Geld verdienst, weil ich glaube, das erst, wenn ich sehe. Und dann habe ich halt eh, im Prinzip nach dem ersten Monat konnte ich bereits ein paar Ergebnisse präsentieren, wo manche schon gesagt haben, ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht, also das war noch nicht, das war noch nicht viel, das waren irgendwie vielleicht so 500 Euro mal 1.000 Euro, weil ich am Anfang natürlich auch noch deutlich weniger Kapital hatte, aber viele Leute waren dann schon mal beeindruckt, dass sie gesehen haben, dass das überhaupt funktioniert, das hätten sie ja gar nicht geglaubt. Und das ist ja auch, das ist ja generell so, immer wenn man irgendwie erzählt, ja, ich möchte das Geld im Internet verdienen mit der und der Methode, heißt es immer sofort von vielen Leuten so, ach, das funktioniert doch sowieso nicht. Deswegen glaube ich auch einfach, deswegen, weil man kriegt dann auch immer, das ist ja auch das nächste Thema, was man auch immer, die Frage, die man dann immer gestellt bekommt, ist ja auch immer, ja, wenn das so gut funktioniert, warum machen das dann nicht alle? Da würde ich am besten mal mit einer Gegenfrage antworten, würdest du das machen? Wenn die Person antwortet, nein, das wäre viel zu riskant, dann würde ich sagen, ja, da hast du deine Antwort. Ich kann sagen, es war so, es war das Klassische, keiner hat wirklich geglaubt, dass ich da beinahe irgendwie länger als einen Monat oder so überlebe und nach einem Monat vielleicht sogar schon, wahrscheinlich schon alles verloren habe. Nein, sowas nicht. Ich lebe seit, ich trade, ich bin, ich mache Copy Trading seit über acht Monaten und habe bisher noch, ich habe zwar immer wieder mal Verluste gehabt, aber es war immer nur, es waren immer nur die Gewinne. Ich habe bisher noch keinen Cent Eigenkapital verloren und das ist natürlich auch eine wichtige Information wahrscheinlich zu wissen, dass ich da auch, dass das soweit gut funktioniert hat. Das stimmt und es ist auch unheimlich wichtig, dass man auch sieht, dass es eine langfristige Angelegenheit ist. Also niemand sollte, und das sage ich euch ja auch immer in meinen Videos, davon ausgehen, dass er innerhalb von einem Monat auf einmal Multimillionär ist. Das wird auch mit Copy Trading nicht funktionieren. Du wirst auch Verluste machen, ich mache auch Verluste. Wichtig ist aber, dass eben langfristig die Verluste geringer sind als die Gewinne. Und dann kannst du sehr viel Spaß damit haben und tatsächlich, wie du zeigst, Moritz, deinen Lebensunterhalt damit verdienen. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Das heißt, du lebst nur noch irgendwie auf einer einsamen Insel auf den Malediven, hältst die Füße ins Wasser und guckst zweimal am Tag in Naga rein und ansonsten lässt du das Leben so vor der Pandemie vorbeischweifen? Ja, genau. Also ich gehe jetzt gleich nochmal ins Meerbaden. Nee, Spaß beiseite. Ich bin der Typ. Nein, also so darf man sich das definitiv nicht vorstellen. Also wenn dir jemand erzählt, ja, diese Trading-Plattform ist so super, zahl 100 Euro ein und innerhalb von einem Monat bis zum Millionär bitte die Finger davon lassen. Davon werden nur die Leute Millionäre, die diese Plattform einzahlen und aber vertrauen, dass genügend Leute ihr Geld hier einzahlen. Aber nein, also mein Leben sieht tatsächlich so aus und da bin ich sehr, sehr zufrieden mit, dass ich eigentlich zum einen komplett freie Zeiteinteilung habe und eigentlich auch meistens freie Ortseinteilung. Ich zum Beispiel mache es so, also ich bin immer noch beschäftigt als Nachhilfelehrer und auch als Synchronsprecher mache ich hin und wieder was. Vor allem Nachhilfe ist mir sehr wichtig, weil einfach, wie du schon sagst, beim Trading macht man nicht immer nur Gewinne und man braucht auch in der Regel ein zweites Standbein, womit man auch gegebenenfalls mal schlechte Monate ausgleichen kann. Also ich war zum Beispiel im letzten Winter, habe ich zum Beispiel so gemacht, dass ich einfach mal zwei Monate auf Teneriffa verbracht habe. Während es hier kalt und teilweise auch verschneit war, war ich dort quasi in der Sonne und habe einfach dort meine Tätigkeiten gemacht. Weil Nachhilfe muss man sagen, gebe ich auch online. Das heißt, das kann ich auch online machen und natürlich Copy-Trading. Das funktioniert überall, man braucht nur eine Internetverbindung. Und an dieser Stelle nochmal, ich möchte hier nicht die Illusion erschaffen, dass ich hier irgendwie um die Welt reise und hier jetzt irgendwie mich da erfreue an meinen Einnahmen. Ich muss auch aufs Geld schauen, ich muss auch sparen, bevor ich mir einen längeren Urlaub leisten kann. Aber wie gesagt, es ist grundsätzlich möglich. Mir ist es möglich, ohne jetzt, sage ich mal, ohne einen fixen Job, ohne 9 to 5, ohne 40 Stunden arbeiten die Woche, ist es mir möglich, meine Rechnungen zu bezahlen. Und das, glaube ich, ist ja schon mal einfach die wichtigste Information, dass das möglich ist. Würdest du anderen Menschen empfehlen, das zumindest mal auszuprobieren, wenn sie ein bisschen Geld übrig haben? Wichtig ist ja auch immer, sage ich auch immer, macht es nur mit Geld, was euch zur Verfügung steht, was ihr nicht vermisst, auf das ihr notfalls verzichten könnt. Aber dass man sagt, okay, nimm mal 1.000 Euro in die Hand, probiere es aus. Und es kann sein, dass du tatsächlich ein sehr entspanntes Leben damit haben kannst. Und ich würde es wirklich jedem empfehlen. Weil ich glaube, viele Leute einfach, das ist dieses, ich kann es irgendwo verstehen, keiner will Geld verlieren. Und jeder ist gegenüber Sachen, die ihr nicht kennt, immer etwas skeptisch. Aber ich glaube, manchmal muss man sich einfach auch mal was trauen, sage ich mal. Das klingt auch so ein bisschen wie eine klassische Phrase. Aber es ist so, das klingt, auch das klingt nicht so gut, aber alle Menschen, die erfolgreich geworden sind, sind es deshalb geworden, weil sie mal irgendwas riskiert haben. Weil sie mal irgendwas gesagt haben, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich glaube daran und deswegen mache ich das jetzt auch. Und ich glaube, dass die meisten Leute sich gar nicht, sich gar nicht quasi diesen Schritt gar nicht mal zutrauen. Und deswegen sage ich einfach mal, Leute, wenn ihr mal irgendwie, wenn ihr mal ein bisschen Geld übrig habt, sei es auch nur, sei es auch, fangt ihr mal, wie das Steve sagt, fangt mal mit 1.000 Euro an. Ihr müsst jetzt nicht gleich euer gesamten Ersparnis irgendwie in Nager reinpulvern oder so. Oder irgendwie jetzt die Hälfte eures monatlichen Gehalts da jetzt immer reinstecken. Aber einfach, wenn ihr sagt, ich habe ein bisschen Geld übrig, ich versuche das jetzt einfach mal. Weil wenn es, weil ich meine, wenn es scheitert, okay, dann ist das bitter, aber dann hat man es wenigstens versucht. Aber wenn es funktioniert und wie gesagt, wenn man mit der richtigen Strategie beginnt und nicht einfach komplett ahnungslos rein startet, dann kann man durchaus gute Ergebnisse erzielen. Und deswegen kann ich jedem nur raten, Leute, euer Leben ist nicht unbegrenzt. Ihr solltet manchmal wirklich einfach mal den Schritt wagen. Auch wenn ihr vielleicht Angst davor habt, es kann sich auszahlen. Absolut. Das ist fast das perfekte Schlusswort. Wenn ihr es selber ausprobieren wollt und das Risiko einfach mal eingeht und nicht immer nur rumsitzen möchtet und sagen möchtet, das funktioniert ja sowieso nicht, dann klickt mal unten auf den Link in der Videobeschreibung. Da gibt es eine Komplettanleitung, wie Copy Trading funktioniert. Aktuell gibt es auch die Möglichkeit, wenn ihr neue Kopierer werdet, ein kleines bisschen Startkapital von mir zu erhalten. Ihr habt die Möglichkeit, eine Anleitung für 500 Euro kostenlos zusätzlich zu erhalten. Also es lohnt sich jetzt vielleicht einfach mal reinzuschauen und zu gucken, ob Copy Trading etwas für euch ist. Einfach unten links den Link in der Videobeschreibung anklicken. So und an dir sage ich ganz, ganz herzlichen Danke, lieber Moritz, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast und zeigst, dass es wirklich funktionieren kann, Geld damit zu verdienen. Wir werden natürlich jetzt nicht alle Fragen beantwortet haben. Kann man dich irgendwie kontaktieren, damit diejenigen, die immer noch unsicher sind oder wissen möchten, gibt es den wirklich oder hat der Steve den Moritz gekauft, damit er hier erzählt, wie toll Copy Trading ist? Also wie kann man dich erreichen, und weitere Fragen vielleicht beantwortet? Ja, selbstverständlich. Also gleich, um es vorwegzunehmen, nein, ich bin nicht gekauft. Ich bin aus freiem Willen hier. Das sind keine Sicherheitsleute im ausgeblendeten Hintergrund hinter mir, die mich da beobachten. Nein, genau. Es gibt absolut die Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Ich bin auf Instagram. Mein Profil ist öffentlich. Das heißt, jeder kann mir eigentlich folgen, der möchte. Und ihr könnt mich da gern auch, ja, wenn irgendwelche Fragen auftauchen, wie gesagt, ich bin ja jetzt seit acht Monaten dabei. Ich bin kein Anfänger bei Naga. Ich kenne mich selbst jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen aus. Ich habe durch Copy Trading nämlich selbst auch sehr viel dazugelernt tatsächlich über das Thema Trading. Ihr könnt mir gern Nachrichten schreiben, wenn ihr wissen wollt, hm, ja, ist schön und gut, melde ich mich mal an, aber wie finde ich denn eigentlich jetzt so einen richtigen Trader für mich? Oder die richtige Strategie für mich? Da kann ich euch auf jeden Fall Tipps geben, worauf ihr da achten solltet, was ihr beachten solltet, was ihr in einem Profil eines Lead Traders auf jeden Fall erst auschecken solltet. Genau, damit ihr am Ende möglichst den richtigen Trader findet und eben keine Verluste, sondern gute Gewinne erzielen könnt. Perfekt. Dein Instagram-Account werde ich verlinken, ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass du da warst. Und wenn euch solche Video-Formate mit Interviews mit echten Zuschauern gefallen, die zeigen, was geht und was auch nicht geht, dann schreibt es unten in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen. Danke, dass ihr dabei wart. Und vergesst auch nicht, auf das Video zu klicken, was ich hier links einmal eingeblendet habe. Eine weitere coole Möglichkeit, um Online-Geld zu verdienen als komplettes kostenloses Tutorial. Klickt drauf, probiert es aus. Es lohnt sich.